die neue musik ist so richtig black ops like und was ich vorhin auch gelesen habe waffen sets du dir erbaust sind jetzt nur für warzone und multiplayer sind jetzt getrennt irgendwie irgendwie ja habe ich auch irgendwas gelesen du kannst sie jetzt die profile machen so wirklich kapiert nein scheiße da war noch einer ja 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 Achtung, ein Team verfolgt. Kopfgeld zählte sich in den Schnappelsollten. Da ist einer rein. Ja, das Kopfgeld, ne? Dort könnte der wohl sein, der da rein ist. Gut möglich. Ach, gibt's ja gar nicht! Warum wartest du denn hier rein? Zwei Mann! Zwei Mann! Da drinnen, wo du markiert hast? Oh, die sind schon abgehauen. Ne, im Gang. Weg, da wurde gestorben. Sieß! Hast du schon so gut geworfen? Ach, wie viel Munition hat der Uhrensohn? Bestimmt mit Trommelmagazin. Ich dachte, der muss jetzt mal nachladen. Kannst du aufstehen und den wegnaschen? Oh! Da kommen wir hin, das schon mal. Habe ich das Kopfgeld denn jetzt erledigt gehabt? Was? Habe ich wohl. Ja. Geh mal ein bisschen Kasse hier ran? Will ich damit? Ist ja noch auf dem Dach. Ne, wa? Ne. Jotz, sei Dank! Ist das auf dem Dach oder ist das drinnen? Was meinst du? Drinnen. Jo. Oder? Jaja. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Einige Drohne über uns. Extraktion in Bereitschaft. Eine Landezone markieren. Schade. Oh, da dachte ich hier, ich könnte hier abkürzen zu dir. Ist da einfach eine Wand im Weg, hör mal. Soll durch den Kontakt kommen, ey. Ach du Fotze. Kalle, wir können, wir können... Ich hab mich fast wie in meiner eigenen Luftschach gekillt. Wenn du ein Gefährt organisierst, dann können wir... Zum Bunker fahren. Komm, wir fahren mal mit... Mit der U-Bahn. Ja, ich hab grad die rote Zugangskarte von... Von der... Von der Kuh. Ey, warte, ich... Ich hol ein Gefährt. 160 Meter hoch hier. Alter! Dann eben nicht auf die Rübe. Du hättest aber auch den Heli holen können. Wie ist der Heli denn? Hier noch näher. Aber jetzt komm ich. Ich guck. Markierst du? Ja, ja. Da ungefähr müssen wir hin. Hast du Platz? Warte, warte, warte! Ach, scheiße! Entschuldigung. Hab ich vergessen. Ja. Ich hab dafür ne Semtex in unser Auto geschmissen. Da sind noch zwei, die du überfahren kannst. Sauber. Brauchst nicht. Oh, ne Rakete im Anflug. Alter! Der hat mich noch gekriegt? Das ist doch nicht wahr, du! Halte durch! Hab den genau ins Gesicht geschossen. Ja! Ja! Drei Kills. Alle mit dem Auto. Jetzt hat das Auto auch ne Bereitigung so auszusehen mit der Lackierung, ne? Ja! Scheiße, ey! Vielleicht mal ne Platte vorher anlegen sollen wir. Ich hab ne Panzerungskiste auf Tasche. Das ist gut. actually, dieЫ müssen nicht abonnieren. absolutely. stell dir dasinformative sein. Warum fahren wir noch mal hier hin? Bunker rein. Ich habe die rote Zugangskarte von der Ollen. Ach, immer treffe ich den Stein. Ich habe die Rote Zugangskarte. 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 Der sieht auch noch ziemlich ungelootet aus. Und der ist auch wohl noch ungelootet. Ich habe die Rote Zugangskarte. Ich habe die Rote Zugangskarte. Aber schön, dass du darauf Rücksicht nimmst, dass ich da wie Monk bin. Dass da Gewitter im Kopf fällt. Dass vielleicht mal mehr Einsicht. Oh, oh, oh. Sollen wir den runterballern? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, leck mich am Arsch. Wo ist der? Der ist direkt unter dir. Kreist er da irgendwo rum. Komm. Komm mal her, ich habe eine schöne Pila gefunden. Bamm. Da ist er weg. Kommt meine Munition auch. Ich hole die Kohle. Die ist ja ganz interessant hier gefallen, ey. Helifracht öffnen. Da steht noch nicht mal Kohle. Und wieder sechsten Platz. Fünfter Platz sogar. Ja, das gleiche Problem habe ich auch, Kai. Meine Kohle ist auch futsch. Radarsuche wird gestartet. Was, was? Ich sage, meine Kohle, meine, meine, äh, ähm. Munition. Munition ist auch futsch. Ich habe neun Schuss habe ich gemacht. Ja, ich habe wieder, ich habe gerade eine Munitionsküste gefunden. Ja. Ich gucke, ob ich eine finde. Oh, ich habe wieder ein paar, ein paar Bohnen habe ich gefunden. Ja. Mir ist es. Wie läuft das? Also, ich habe jetzt einen den damit Discovery angenommen. chaud! Nein. Freuhe. Unfall. Es ist alles. Oh, was ist das? Oh, wir haben die Mille! Kai, ich brauch gar keinen Transportballon. Haben wir auf, fünfter Platz dafür, dass wir nur zu zweit waren? Ja. Hab ich schon schlechter gesehen. Ja. Mal eine rauchen? Jep. Jep.